Hallo, mein Name ist Dina Reit von SK Laser. Heute bin ich hier mit meinem Vater, Christoph Kolbach, das ist der Geschäftsführer von SK Laser. Und wir möchten Ihnen gerne unsere neue Maschine präsentieren, ein Laser mit Roll-to-Roll-Maschine dabei. Genau, erzähl doch mal so ein bisschen, was haben wir hier für eine Maschine genau? Ja, also das ist ein Laser zum Schneiden von Folien. Ja, vielleicht können wir einmal da hinten filmen, da ist also eine Rolle, die wird da abgewickelt. Diese Folie läuft dann hier durch den Laserraum durch und hier hinten wird die wieder aufgewickelt. Und hier in dem mittleren Bereich, da sieht man hier, da haben wir zwei sehr starke Laser, die die Folien entweder durchschneiden oder halb durchschneiden, je nach Kundengrund und Aufgabenstellung. Genau, und was wir hier machen, das ist Reflektorenband, was unser Kunde eben schneiden möchte. Und wir arbeiten im KISCUT-Verfahren, das heißt, dass nur das obere Material geschnitten wird und das Trägermaterial, also diese Seite, wird nicht bearbeitet. Warum haben wir denn jetzt hier zwei Laser? Ja, also diese zwei Laser dienen eigentlich nur dem höheren Durchsatz. Dieser Kunde möchte eine Maschine, die möglichst produktiv arbeitet und dafür haben wir hier zwei sehr starke CO2-Laser ausgewählt mit jeweils über 600 Watt Leistung. Und damit schneiden wir zwei Bahnen, das heißt, in diesem Fall kann entweder eine größere Bahn oder hier in dem Fall zwei schmalere Rollen eingelegt werden und die werden dann beide geschnitten und zwar jede von einem Laser. Und für welchen Kunden ist sowas interessant? Ja, also eigentlich ist das zum Beispiel interessant für Etikettenhersteller, Folienhersteller, also Etiketten kann man sich vorstellen. Eine Shampooflasche kriegt vorne drauf ein Etikett und das würde hier quasi ausgeschnitten. Aber eine andere Anwendung, die da auch denkbar ist, zum Beispiel, dass für die Automobilindustrie Dichtungen ausgeschnitten werden, entweder komplett oder halb im Kiskat-Verfahren, so etwas ist hier auch möglich. Super. Also eine Maschine, die für den Kunden individualisierbar ist, dieses Mal Roll-to-Roll. Wenn Sie weitere Fragen haben, dann schauen Sie gerne auf unserer Website nach www.sk-laser.de Ja, wir freuen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Achso, wir haben ja gesagt, wir haben die Maschine noch nicht laufen lassen, weil die jetzt eingepackt wird. Geht zum Kunden und es folgt ein zweites Video, wo dann die Maschine läuft. Genau. Bis dahin. Tschüss.